Was genau sind eigentlich Faktoren, an denen du erkennst, dass du eventuell pornosüchtig bist? Ein sehr, sehr wichtiges Video, nicht nur für Leute, die sich dessen noch nicht bewusst sind, sondern auch für Leute, denen die Tragweite, dass sie süchtig sind, noch gar nicht bewusst ist. Deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Sichere dir dein eigenes Praxisbuch von Beta zum Alpha für nur 16 Euro, wenn du dein Leben, das deiner männlichen Verwandten oder Freunde auf das nächste Level bringen willst. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Der erste schwerwiegende Faktor, an dem man sofort erkennt, dass man pornosüchtig ist, ist, wenn du persönlich keinen mehr hochbekommst, außer wenn du dir die Schmutzfilme anschaust. Was bedeutet das Ganze jetzt? Das bedeutet, wenn du dich mit einer Frau gerade auslebst und du hast eigentlich Bock auf sie, aber du merkst, es funktioniert einfach nicht, du kriegst keinen mehr hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du aufgrund der Pornografie dich stark abgestumpft hast und deswegen die normalen Reize nicht mehr ausreichen, damit du erregt bist und deswegen auch diese Probleme bekommst. Was ich dir natürlich nicht empfehle, aber was die Sucht nochmal klassisch bestätigen würde, ist, wenn du dir in diesem Moment dann Pornos anschaust und siehst, auf einmal funktioniert alles wieder und dann dich mit deiner Partnerin auslebst, dann weißt du zu 100% du bist süchtig. Du musst dir dazu keine Filme anschauen, du kannst auch einfach in diesem Moment, wenn du das testen willst, ob du süchtig bist oder nicht, Erinnerungen an diese Filme, die bei dir vielleicht noch abgespeichert sind, einfach dir in deiner Fantasie vorstellen und schauen, ob du dann entsprechend wieder funktional bist. Und wenn das der Fall ist, bist du auch süchtig. Das Ganze geht natürlich noch darüber hinaus, es geht nicht nur darum, wenn du dich jetzt mit einer Frau gerade auslebst, sondern es geht auch darum, wenn du selber Hand anlegst und das Ganze auch da nicht mehr funktioniert, außer wenn du dir diese Filme dazu nimmst. Wenn du das merkst, dass du auch da nicht mehr funktional bist, dass du nicht erregt bist, dass du keinen mehr hochkriegst, dass du einfach gar keinen Bock darauf hast, wenn du dir eben nicht diese Filme dazu nimmst und es auch nicht funktioniert, dann weißt du zu 100% du bist süchtig. Nächster Faktor. Das ist ein sehr unterschätzter Faktor. Kennt ihr das? Viele, die mit dem Thema NoFap in Kontakt kommen, die hören, dass Pornos schädlich sind, die streiten das komplett ab, die sagen, ach, das ist doch alles Schwachsinn oder die machen sich komplett lustig darüber, ziehen es total ins Lächerliche, erzählen, ja, ich kann das drei, vier, fünfmal am Tag machen, mir passiert dabei nichts, ich kann trotzdem meine Ziele erreichen und so weiter. Ja, das erzählen ja auch immer viele, das haben auch sehr viele in die Kommentare teils reingeschrieben, sind erfolgreiche Unternehmer, verdienen massiv viel Geld, schauen dreimal am Tag sich diese Filme an, holen sich dabei einen runter und sagen, ja, ich bin ja trotzdem erfolgreich, also kann es ja nicht so schlecht sein. Und genau das, ja, auch übrigens nicht nur das Thema, dass sie sich darüber lustig machen, sondern auch das Thema, dass viele sehr stark wütend werden und angetriggert werden dadurch, ja, dass sie das richtig aufregt, wenn man erzählt, dass Pornos schädlich sind und auch sehr viele negative Nachwirkungen mit sich bringen, ja, das ist auch ein weiterer Faktor, der zeigt, dass du süchtig bist, ja, weil warum willst du dir das denn nicht einfach eingestehen, dass du ein Problem damit hast, weil du dann an dir arbeiten müsstest, weil du sehen würdest, du hättest dann eben ein Problem, an dem du arbeiten kannst. Und das wäre schon mal viel besser, ja, wenn man wenigstens Bewusstheit schafft, weil ohne Bewusstheit wirst du die Pornosucht niemals auflösen können und viele, die dann sagen, ja, ich bin doch trotzdem erfolgreich, ich habe doch trotzdem Erfolg bei Frauen, ich bin doch trotzdem im finanziellen Bereich auf einem guten Level, so schlimm kann das ja gar nicht sein, das ist genau die Sucht, die da aus diesen Leuten spricht, ja. Wenn die sagen würden, okay, es könnte sein, dass ich vielleicht ein Problem habe, ich bin erst mal offen dafür und höre mir das erst mal an und das nicht gleich so abcutten, dann wäre das schon so ein Anzeichen, vielleicht sind sie doch nicht ganz so süchtig, aber die meisten, die sofort abblocken, die sagen, ja, nee, und das rechtfertigen und so weiter, das sind die, die am schlimmsten betroffen sind, das müsst ihr euch auch bewusst machen, ja. Auch wenn in eurem Umfeld irgendwo jemand erzählt, das ist doch gar nicht schädlich, das ist doch gar nicht schlimm, das ist in den meisten Fällen ein Symptom der Sucht, ja, weil sie das einfach schönreden wollen, damit sie sich selber nicht eingestehen müssen, sie haben ein Problem. Wenn die Personen jetzt sagen würden, ja, es könnte sein, dass das vielleicht auch wirklich ein Problem ist bei mir, dann muss ich nochmal drüber nachdenken, das muss ich mir nochmal näher anschauen. Ja, wenn sie sich die Möglichkeit offen halten, dann ist es schon mal ein sehr krasses Anzeichen, dass sie erstmal einen hohen Bewusstseinsgrad haben, ja, was die meisten gar nicht haben heutzutage und dass sie vielleicht gar nicht so süchtig sind, wie das jetzt viele andere denken würden. So, das ist ein zweiter Faktor, den viele unterschätzen. Also macht euch da bitte bewusst, egal ob es im Umfeld, Freundeskreis oder wo auch immer ist, wenn ihr über das Thema sprecht und ihr merkt, die Leute blocken sofort komplett ab, ja, die sind sofort raus, die sind gar nicht offen dafür, dann ist es meistens ein Symptom, dass sie selber krass süchtig sind, ja. Und das müsst ihr euch mal bewusst machen, deswegen solltet ihr auch diesen Leuten, das ist eigentlich ein Schrei nach Hilfe, ja, das heißt, deswegen solltet ihr euch natürlich von diesen Leuten nichts annehmen, euch nicht selber wieder in irgendwelche alten Muster reinbringen lassen, sondern euch bewusst machen, eigentlich ist es ein Hilfeschrei, diesen Leuten geht es eigentlich nicht gut und die können sich das selber nicht eingestehen. Der dritte Faktor, der dir zeigt, dass du hochgradig süchtig bist nach diesen Filmen, ist, dass du dich zu sofortigen Belohnungen sehr stark hingezogen fühlst und deine langfristigen Ziele immer mehr beginnst zu vernachlässigen. Das bedeutet, du fühlst dich hingezogen zu Ablenkungen wie Netflix, Zocken, Alkohol trinken, Fastfood essen oder irgendwo Essen bestellen, anstatt selber zu kochen. Lieber die ganze Zeit auf Social Media verbringen, sich ablenken, nicht zum Training gehen, ja, das sind genau die Faktoren, die dann immer stärker eintreten, wenn du süchtig bist. Warum? Weil die Pornosucht dein gesamtes Dopaminsystem, Belohnungssystem zerstört und du dadurch immer wieder nach starken, sofortigen Belohnungen, die nun mal viel Dopamin ausschütten, erst mal suchst. Und das sorgt dann auch dafür, dass du immer mehr nach diesen Ablenkungen suchst, dass du immer mehr in die Aufschieberitis gerätst und deine langfristigen Ziele aus den Augen verlierst, weil die geben dir einfach kein Dopamin sofort, ja. Du musst da erstmal sehr viel investieren, um am Ende dann Dopamin zu bekommen und durch die Pornos konditionierst du dich ja auch darauf, dass du sofort immer alles bekommst, ohne etwas dafür zu tun, ja, gerade auch was das Thema Dopamin angeht. Und genau das überträgt sich dann auch auf alle anderen Bereiche, sodass du da überall deine Ziele, egal ob Finanzen, egal ob Fitness, egal ob Frauen, Dating, Beziehungen, ja, oder persönliche Weiterentwicklung, es ist egal, du wirst in den Bereichen immer mehr, umso süchtiger du bist, immer mehr diese Sachen aus den Augen verlieren und dich immer mehr ablenken, ja, immer mehr mit sofortigen Belohnungen in deinem Leben. Und wenn du merkst, du hast extrem viele sofortige Belohnungen in deinem Leben, dann ist es ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass du süchtig bist. Das waren die Top 3 Faktoren anhand, du erkennst, ob jemand oder du selbst süchtig nach dem P-Konsum ist. Jetzt ist nochmal wichtig zu verstehen. Viele, die fragen ja, okay, wenn du jetzt einmal die Woche dir das Ganze anschaust, bist du dann süchtig? Wenn du jetzt zweimal, dreimal, viermal, fünfmal dir das die Woche anschaust, bist du dann erst süchtig? Und ich kann dir nur eins sagen, ja, es ist völlig unwichtig, wie oft du dir das Ganze anschaust. Ja, warum ist das unwichtig? Stell dir mal vor, einfach mal den Vergleich, ja, bei dem, da sind alle auf einmal ganz anders drauf, und jeder versteht das sofort, aber beim Thema P-Konsum, da sind alle immer ganz anders drauf und denken, ja, ach, da ist man doch gar nicht süchtig danach und das wird immer verharmlost. Ja, wenn du jetzt jemanden fragen würdest, wenn du jetzt nur einmal die Woche Crack rauchen würdest, ja, oder nur einmal im Monat, bist du dann schon süchtig? So, was ist das für eine dumme Frage? Ja, also, jeder weiß, du sollst es nicht machen, ja, weil vielleicht bist du nicht nach dem ersten Mal sofort süchtig, aber wenn du dann einmal süchtig bist und dann nicht mehr rauskommst, ist dein ganzes Leben ruiniert, ja, so, und du willst gar nicht süchtig werden und es kann sein, dass du schon nach dem ersten Konsum, genauso wie beim P-Konsum, ja, kann sein, dass du schon sofort süchtig wirst, kann sein, dass du erst beim zweiten, beim dritten Mal und so weiter süchtig wirst, ja, aber umso öfter du das machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du süchtig wirst, ja, und beim Thema Crack oder anderen harten Substanzen, die eben schnell abhängig machen können, da fragt auch keiner, okay, wie, wann ist man denn jetzt süchtig, wenn man sich das anschaut, ja, weil jeder weiß, es ist schlecht, weil jeder sich das nicht rechtfertigt, dass irgendwie einmal im Monat oder so, sich das zu sich zu nehmen oder einmal im Jahr oder so, dass das noch angeblich vertretbar wäre. Jeder weiß, es ist schlecht und jeder weiß, du lässt die Finger davon. Warum nicht beim P-Konsum, ja, weil es einfach verharmlost wird und die Sucht aus den Leuten oft spricht. Und das musst du dir halt bewusst machen, ja, also lass dich nicht in diesem Bereich von anderen Leuten negativ beeinflussen, mach dir klar, was für einen Schaden der P-Konsum anrichten kann und dass es nichts ist, auch dass man nicht einmal die Woche das machen sollte oder weniger, man sollte es gar nicht machen, ja, weil am Ende reicht, kann es schon ausreichen, dass du dir das nur einmal anschaust und dann in absolute Suchtverhalten rein verfällst, ja, es ist ähnlich wie bei Crack oder anderen Sachen, dass du dieses Risiko gar nicht eingehen solltest. Und wenn du jetzt einmal schon in diesem Sumpf leider drin bist, weil viele im Umfeld das schön geredet haben, ist dasselbe, wenn viele im Umfeld sagen würden, ach, so schlimm ist das doch gar nicht, einmal im Monat kann man schon mal Crack rauchen, das macht doch gar kein Problem, dann viele würden das auch vielleicht dann anfangen und genau das ist halt das Problem, dass du darauf nichts geben solltest, ja, dass du regelmäßig meine Videos schauen solltest, dass du diesen Kanal abonnieren solltest, dass du mir auf Instagram folgen solltest, dass du dir das immer wieder bewusst machst, denn das Umfeld musst du dir halt verstehen, die sehen diesen Schaden gar nicht, den das anrichtet, weil sie eventuell selber süchtig sind, ja, du würdest auch keinen Crack-Süchtigen fragen, ja, also ist es denn jetzt schlimm, wenn ich das Ganze rauche, ja, würdest du auch nicht fragen, also deswegen, jemanden, der das vielleicht daraus geschafft hat, der nicht mehr süchtig ist, der das erkannt hat, das ist wieder was anderes, aber die meisten, die erkennen das halt gar nicht, deswegen solltest du dir von denen auch nichts annehmen. Wenn du selber endlich dich ein für allemal von dem Thema P-Konsum entfernen möchtest, ja, weil das die Basis für alles in deinem Leben ist, es ist die Basis, um finanziellen Erfolg zu bekommen, es ist die Basis, um Erfolg im Bereich Frauen zu haben, es ist die Basis, um im Bereich Fitness erfolgreich zu werden, es ist die Basis für alles, um dich persönlich weiterzuentwickeln, ja, es ist die Basis für alles, deswegen setze ich da auch immer den Hauptfokus drauf, dass du erstmal von dem Thema P-Konsum wegkommst, dass du gewisse Themen angehst und dann geht es meistens auch auf alle anderen Lebensbereiche über, die man dann natürlich auch weiter optimieren kann. Und wenn du jetzt einfach die Handbremse lösen willst, ja, dass du nicht nur mit angezogener Handbremse durch dein Leben gehst, dass du dich endlich ein für allemal vom P-Konsum entfernst, dann bewirb dich endlich für ein kostenloses Erstgespräch. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Du weißt, der Algorithmus hier auf YouTube, der spricht sich nicht unbedingt für das aus, was ich hier teile, deswegen einfach das Video liken, gerne auch einen Algorithmus-Kommentar da lassen, dass mehr Männer dieses Video sehen, weil es betrifft nun mal hauptsächlich Männer. Männer sind die, die mit dem Thema P-Konsum die meisten Probleme haben und denen möchte ich einfach da raushelfen. Deswegen teile das Video gerne, danke auch für das Liken und den Algorithmus-Kommentar und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao!